Die Salzburger G ist derzeit im ganzen Bundesland unterwegs. Unter dem Motto für ein grünes Morgen läuft eine Roadshow vom Pinsgau bis in den Flachgau, schildert Verkaufsleiter Markus Witthölzler. Wir kommen zu den Bürgerinnen vor Ort und besprechen mit ihnen unsere Produkte, Photovoltaik, Ladelösungen, Wärmeprompen und auch Telekommunikation und wir geben hier Antworten auf unsere Tarife, Gas, Strom, aber auch zu unseren Freitagen, zu den Rabatten, zu den Zuschüssen und zu den Förderungen. Vom Startpunkt am Bauernmarkt in Wackrhein über Mittersill, Salzburg, Zell am See, Oberndorf bis nach Straßwalchen, tourt die Salzburger G in den nächsten Wochen quer durchs ganze Bundesland. Die Energieberatung ist ebenso mit dabei wie alle Infos rund um die Themen Energie, Infrastruktur und Telekommunikation. Neben den herkömmlichen Kontaktmöglichkeiten mit der Salzburger G per Telefon, per E-Mail oder über die Webseite bieten wir hier mit dieser Roadshow den Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit, dass sie hier mit uns in physischen Kontakt treten. Wir sind an sechs Terminen in sechs Regionen unterwegs und weiters bieten wir natürlich diesen physischen Kontakt auch über unsere Infopoints in Bruck, St. Johan, Golling und natürlich im Kundenservice-Center der Stadt Salzburger. Mehr Infos und alle Termine der Roadshow auch in Ihrer Nähe finden Sie auf www.salzburger.g.at.